Hallo und herzlich willkommen zurück bei VarioLand. Let's play VarioLand. Und ich bin immer noch auf der Suche nach diesem komischen... Nach dieser komischen Tür. Wo ist die nur? Lass doch hier irgendwo sein. Ist die dafür fast am Ende der Level? Oder genau am Ende der Level? Auf jeden Fall möchte ich diesen verdammten Schatz haben. Ja, zack. 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 Ja, da ist er. Super. Obwohl, komme ich hier vielleicht dort auch so hin? Ja! Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich müsste meine Fähigkeit wegwerfen. Und irgendwie so... und irgendwas anderes. Eine Maske! Die sieht genauso aus wie der Feuerbuss. Und so. Nur noch drei Schätze, wenn ich es richtig gesehen habe. Und hepp. So, jetzt kann ich die Level auch benden. Die war tatsächlich am Ende. Krass. So, 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 und so. Ja. 3.524. Sehr schön. Und jetzt weiter. Level 33. Die Musik hört sich toll an. Hört sich nach einem fahrenden Zug an. Äh. Wo man vom Teufel spricht. Ich glaube, ich sollte die Fähigkeit, die ich gerade habe, behalten. Und da ist sie nochmal. Ich glaube, die ist hier ganz hilfreich. Na gut, fahren wir. Ich hasse Scrolls. Levelt! Nein! Shit! Verdammt! Na. Verdammt! Das hätte nicht passieren dürfen. Tschüss. Na gut, fahren voran. Dabei dachte ich schon, diese Zuglevel wird bestimmt irgendwie einfach. Aber nein, ich hasse Zug- und Scrolllevels. Eigentlich hasse ich nur Zuglevels, wenn es auch Scrolllevels sind. Tschüss. Tschüss. Und komm, 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 komm. Und fahren wir! Jetzt. Aber funktioniert das hier auch? So. So. Ich frage mich, wie es irgendwie diese komischen Blöcke es schaffen, in der Luft zu fliegen. Kommt da noch irgendwas? Ja, da. Super. Und verschwinde, danke. Ja, kannst du ruhig herumschießen. Okay, da soll ich jetzt rein. Gut. Dann gehen wir da auch rein. Hm. Nein, ich mache es nicht. Ich mag jetzt ein kleines bisschen den Reiz. Doch die Gefahr. Ja, zwei, eins, eins, Risiko. Tschüss. Ach, wegen einer Münze wäre ich beinahe krepiert. Tschüss. Fahnen, ja. Ach, diese Vögel schon wieder. Ja. 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 Ja, tatatata. Okay, das war jetzt wieder knapp. Das war jetzt wieder sehr knapp. Tschüss. Und weiter. Und schieß. So. Zucke stehen geblieben. Warum das denn? Egal. Level beendet. Tap, tap, tap. Da, 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 da. Da, 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 da. Yeah. Jetzt bin ich bei einem Baum. Sieht's jedenfalls, sieht's, sah's jedenfalls so aus. Oh, ne, und nicht du schon wieder. Irgendwie denke ich, die Wolke mag mich. Auf eine makabere Art, aber sie mag mich. Da ist noch eine. Hm, noch gucken, ob da irgendwas ist. Könnte man ja auch gut was verstecken. Aber, ne, der war nichts. Ja, im Baumsaft. Schwimm ich jetzt wie lecker. Ach, das war jetzt doch schon etwas knapp. Ja. Ja, das Huhn ist wieder da. Gib mir Münzen. 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 Ja. Tap, 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 tap. Landest du etwa genau dort? Wie dumm. Toll. Ja, jetzt hast du auch noch ab, du komisches Huhn. Wo bist du hin? Na toll. Ist hier noch irgendwas? Nein, hier ist nur der Checkpoint. Ach. Und tap, tap, tap. Ach. Ist hier noch irgendwas? Na? Ist doch mit irgendwas, irgendwas interessantes? Könnte man wirklich gut etwas verstecken? Ja. Sieht da mal nicht so aus, das sei hier irgendwas. Na doch, hier. Tschüss. Aha. Na. Ah, hier. Kartoffel da will ich nicht haben, oder was auch immer das ist. Ah, statatata. Aliheb, heb, heb. Jetzt wäre es super, wenn da oben jetzt auch gleich das Tor wäre für den Schlüssel. Ja, da ist es. Und zack. Und ein Baseballhandschuh. Ein goldener Baseballhandschuh. Und, klack, noch zwei Schätze. So. Ist auf jeden Fall wichtig, dass ich alle Schätze zusammenkriege. So, jetzt fliege ich da so rüber. Mach das so und werfe ich es rein und gehe hier durch. Damit habe ich diese Levelliste auch schon wieder beendet. Ach, ja. Und, klack. Wieder eine Luchenlevel oder so? Ja, wieder ein Zuglevel. Diesmal von der anderen Seite. Ja, tatsächlich. Von der anderen Seite. Und wieder Scroll. Ach. Süß. Was transportieren die da eigentlich? Ist das vielleicht Nitroglycerin oder Dynamit oder irgendwas? Ich meine, da ist ja ein Totenkopf drauf. Kann aber auch sein, dass es einfach nur das Zeichen dieser Gruppe ist, gegen die ich gerade kämpfe. Das ist nur eine gute Idee. Komisch. Komisch. Egal. Yay. Die Jetfähigkeit ist einfach nur toll. Und tschüss, Ente! Verschwinde, du komische Ente! Tschüss! Und... Klack, 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 klack! So, aber hier mache ich jetzt auch wieder einen Schnitt und wir sehen uns beim nächsten Part von VarioLand. Bis dann!